So, hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Doom 3 BFG-Tischen. Ich bin der Cherryfairy LP. Passte hier gerade meinen Schreibtisch ab, weil ich etwas suche, nämlich den Timer. Denn ohne den weiß ich ja wieder nicht, wenn Schluss ist. Was heißt, dass ich mich unnötig quälen würde? Ja, und heute außerdem werde ich ein bisschen mit hier Tageslicht im Kopf spielen. Ja, ist okay. Wow. So, Plattform. Plattform hätten wir ja jetzt. Ich habe ganz vergessen, woran wir hier waren. Um ehrlich zu sein. So, hier in dem Lift bin ich wohl fertig. Ich weiß, der Geier. Ähm. Ja, gehen wir doch nochmal ein Stück zurück im Level. Welches mir nicht so geheuer ist. Chemical Waste. Ja. Was war denn hier noch alles zu tun? Abspacken. Abspacken. Wie der hier rumspackt. Hier rennen noch ein paar rum. Ich höre deine Schritte. Deine auch. Zack. Wird dich nicht retten. Scheiß, bis der ist ne Teufel. Ey, wie viele hier noch? Ich dachte, ihr seid alles das Bravo-Team, das ich so lange suche. Ich glaube, echt von dem Bravo-Team, das mir versprochen wurde, wird nichts mehr übrig sein, wenn ich es finde. Naja. Was soll man tun? Hier kann ich nicht viel tun. Was hat es mir überhaupt gebracht, wenn ich jetzt hier, hier durch war und war hier hinten? Das macht ja hier gerade gar keinen Sinn. Scheint hier ja nicht wirklich weiter zu gehen. Habe ich die Karte gefunden für das Scheißding? Oh Gott. So, naja, gut. Geht's wenigstens hier weiter. Und ich warte gespannt auf den nächsten Jumpscaper, der mich schreien werde, wie ein kleines Mädchen. Wir wissen, die kommen selten alleine. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Die Munition wird langsam ein bisschen knapp. Sollte vielleicht mal auf andere Waffen umsteigen. Unter anderem. Magazine werden weniger, die man hier bekommt. Auf jeden Fall. Ah, Granate. Ich höre ein Funkgerät. Das heißt, ich rechne natürlich mit noch mehr Gegnern. Habe ich hier irgendwas? Machen wir mal eine Datensicherung hier. Oh. Ich rechne jetzt mal mit der Schrodi weiter. Ah! Oh Gott. Ich rechne mit der Schrodi weiter. Ja, ja. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Bitches, be like. Throw them lasers. Bitches, be like. Hide behind that shit. Get fucking pumped in the face. Ja, jetzt weiß sie nicht wie rum, ha? Deckung gehen oder doch nicht, ne? Ah, so langsam werde ich hier schon, schon taffer. Woo! 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 Fick dich! Ey, warum schießt der dreimal so schnell wie ich? Cheater. Ich bin auch hier der Top-Marine. Bär, es kommt jetzt noch ein Gegner angelatscht. Ey, da rass dich aus. Ich denke immer ist es so viel, wenn man 20 HP verliert. Aber hier am Anfang rechnet man scheinbar damit, dass die Leute viel HP verlieren. Denn hier finde ich ziemlich viel, also ich finde eigentlich mehr Health-Kids wie, naja, Munition. Ah, ein Gegner für die Faust. Ja, wie? Ich verarsche, du fette Drecksau. Was ist, du fette Drecksau, dann her? Tja. Autsch. Das hat wehgetan, aber hier war noch ein Health-Kit. Es war nur für 10, aber es war hier. So. Gut, naja, hätten wir auch mal festgestellt, dass es nicht immer das Beste ist, hier erstmal so blind im Nahkampf auszuschalten. Daher überall etwas lauern kann. In solchen dunklen... ...Sagen. Ich fühle mich hier gar nicht wohl gerade. Echt nicht. Äh. Was haben wir jetzt gekriegt eigentlich? Wuhu! Ah. Äh. Bam, 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 bam. Das ist doch ganz geil, auf jeden Fall. Ich bleib trotzdem erstmal bei der Schrotti. Ah, die Musik macht mich jetzt... Musik macht mich jetzt auch verrückt. Oh Gott, hier springt mich eh gleich irgendwas Grauenhaftes an. Hallo. Hallo. Musik. So geil. Ah, ah, ah. Oh Gott. Wuhu! Wuhu! Du Pisser! Stirb! Ah! Komm, die... Sprinkt man am besten an, der Schrotflinte. Hört ihr das wimmern? Hi. Ah, erste Hilfe, sehr schön. Nichts. Ah. Okay. Okay. Was hab ich hier überhaupt gekriegt? Das ist ne... Ja. Mean Gun. Krieg ich bitte den Schraubenschlüssel? Hier war ich doch. Eben. Warum hört die Musik nicht auf? Hier komm ich doch her, oder? Warum hört die Musik nicht? Ach. Danke. Hier ist die Musik wieder. Ich bitte nicht sein. Alter, diese Spinnen. Wer hier noch... Lift rufen geht nicht. Lift ist nämlich da. Mal auf den Timer schauen. Ich will nicht mehr. Ja, da hat man's. Ich spiele gerade mal 10 Minuten. Ich will nicht mehr. Ja. Okay. Wenn das Spiel automatisch speichert, bedeutet das selten etwas gut ist. Oh Gott. Hey. 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 Guys, please. Wow. Alter. Bitte. Hab doch etwas Gnade mit dem alten Mann, der hier versucht, ein paar Desplates aufzunehmen. Hab doch Gnade. Meine Fresse, ey. Hier ein Koller oder sonst was. Ich geh drauf. Was ist diese Seiche? Hier geht's nicht hinter. Hier scheint es weiter zu gehen. Oh, das sieht hier so nach Bossfight aus. Ich will nicht. Oder nach sonst irgendwas Doofem. Sie sehen aus wie so ein Boxer. Komische Köter hier. Was hat denn der für einen Heck? Gewegt sich noch wie ein Boxer. Okay. Sicht wird rot. Das bedeutet selten etwas Gutes. Ja, die hatten wir jetzt aber gut ausges... Oh, okay. Man soll den Dach nicht vor einem Abend loben. Scheiße. Oh, Gott. Ich will nicht mehr. Das macht mich hier kaputt. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ah! Stehle! Ah! Alter. Es geht hier nicht mit rechten Dingen so. Geht mit allen Dingen so, aber bestimmt nicht mit den rechten. Die rechten Dinge hat das sehr nichts zu tun. Aber nix. Geht das Tür auch auf? Nein, das Tür geht nicht auf. Okay, das war also getriggert. Das war... Okay. Die A für Schließfach 4. Ich versuche mich eh nur abzudenken. Okay, vielleicht gibt es so und so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Irgendeine muss doch gehen. Okay, gut. Ja, ich halte chronisch immer Abstand von Türen, die ich öffne. Muss einfach sein. Die Hauptkommunikationssysteme versagen und fallen auf. Nazive Betriebsstörungen auf der ganzen Basis. Ich weiß nicht, wie der Mensch mich noch erpassen kann. Team Bravo hat die Encro-Anlage betreten. Verein dich. Lass dich fast erreichen. Okay. Irgendeine neue Anlage. Da sind die jetzt drin. Toll, ich renne denen die ganze Zeit hinterher. Und das wird einfach nix. Und das wird einfach nix, weil die immer schneller sind als ich. Ich glaube ja, dass der Typ mich eh verarscht die ganze Zeit. Wahrscheinlich gibt es gar keinen Scheiß. Leck mich am Arsch. Bravo Team. Weil die schon lange tot sind. Ich komme auf die Gänge nicht klar. Ich will irgendeinen... Ich will ja irgendeinen taktischen Wechsel oder so. Auf jeden Fall nicht mehr hier rumgemmeln. Ich glaube, wenn ich die Türen aufmache, wird irgendwas angesprungen kommen, das den Typ ordentlich zerfleischt. Kammer aktivieren. Kammer öffnen. Kammer aktivieren. Kammer öffnen. Kammer öffnen. Danke. Kammer geöffnet. Die Frage ist, was kann diese Kammer? Kammer geöffnet. Ich mag mich echt, was diese Kammer kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, das finden wir dann in der nächsten Folge raus. Bis dahin. Macht's gut. Ja, tschüss. desto Oft. Wir müssen dann noch kurz genau grateful kicked an às coloca beetje. Ich macheful dir die bound. gel kam nervös. Ciao, glaube ich. Bis zum 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 zum. Vielen Dank.